Von ihnen stammt der Rohstoff, der in der Käsküche ist, nie zu feinstem Käse veredelt wird. Die Kühe bekommen nur frisches Gras und Heu zu fressen und produzieren deshalb beste Heumilch. Und das merkt man seinem Käse auch an, da ist sich Alexander Dieth sicher. Denn in seiner Sennerei steht die Qualität über allem. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird daher mit großer Sorgfalt durchgeführt. Wann genau was zu tun ist, verraten Alexander Dieth nicht nur Messinstrumente, sondern auch seine langjährige Erfahrung. Unsere Produkte sind alle hier regional und in Bio-Qualität. Das heißt, die Milch vom Landwirt weg schon, das Futter, auch unsere ganze Produktion und Zutaten, sind alles Bio-Zutaten und wir sind hier im Bio-Land zertifiziert. Der Käse, der herauskommt, ist zu 100% Bio. Man kann beim Käse auch zum Beispiel die Rinde mitessen, kommen immer wieder vom Verbraucher diese Fragen, aber unsere Produkte ist mit nichts behandelt. Und die Kunden wissen diese Qualität zu schätzen. Allerdings nicht nur, wenn sie hier Käse kaufen, schließlich gibt es in der Käsküche ISNI beispielsweise auch Trinkmilch, Sahne, Quark und manches mehr, was aus der hier angelieferten Milch hergestellt wird. Weil aber auch viele Gäste von außerhalb des Allgäus den Weg hierher finden, verkauft die Käsküche inzwischen auch über das Internet. Damit die Gäste ein Stückchen Genuss aus ISNI und eine große Portion seiner Reikunst auch bei sich zu Hause genießen können.